Wir sind alle hin. Was ist denn hier los? Das ist schon richtig. Das kommt darauf an, in welcher Ton man sich befindet. Wir sind in A. Ja. Wenn der eine Kreuzzone hat, dann ist der doch ein G7. G7. Siehste. G7. Der ist geil, ne? Gipsy Chords, finde ich ja... Freunde, ich werde jetzt mal für ein bisschen Action hier. Der Mathis hat schon extra seine Badehose angezogen. Der Kevin auch. Pass. Olli, du bist dran. Kevin, spring doch mal runter. Ich? Ja. Wir wollen von dir einen Köpper jetzt hier rein sehen. Köpper? Ja, aber nicht mit scharfen Kanten in den Pool gehen, bitte. Ja komm, ich zieh mir mal die Badehose an. Einmal rein. Lass ihn auf. Ich soll doch nichts mehr spielen. Olli! Ja? Bist du fertig? Ja. Jetzt geht es dir richtig zur Sache. Stopp! 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 Jetzt wird abgekühlt. Mit kühlem Kopf wieder rein. Fünf Minuten noch. Fünf Minuten noch. Ist grad echt extrem entspannend. Das Wasser hat sich schön aufgewärmt, so ist... geil. Aber wir sollten schon noch mal ein bisschen was machen heute. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Aber komm, lass mal noch was arbeiten. Ja, komm. Aber vorher waren wir noch einen Dominik nass! Ey! Ey! Wollte nicht das ganze Studio nass machen, ne? Boah, heiß auf dem Boden. Das ist so krass heiß hier auf dem Boden. Ach du schon hier. Studio Tagebuch immer präsent. Ach so. Klar. Zwölfter Bund, ne? Müssen wir noch mal gucken da am Anfang, ob ich da vielleicht schon... Genau. So ein bisschen mich anbahne, ne? Hallo Olli! Hallo! Ich bin jetzt nach Hause. Du bist schon nach Hause? Ja. Hier wird noch kräftig gearbeitet. Ja, das ist auf deinem Rechner, das sind deine MIDI-Noten. Ja. Toll. Wie fandst du denn heute den Tag? Ja, war sehr produktiv. Wir haben viele Gitarren gespielt und wir hatten eine schöne Poolparty. Wir hatten, äh, ja, schönes Wetter für kleine Zwitschern in der Abenddämmerung. Fantastisch. Schön. Dann, ja, bis demnächst. War schön mit dir. Ja, schönen Feierabend Dominik und wir sehen uns morgen. Jawohl! Tschüß! 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 Tschüß!